Was würde er jetzt sagen? Let's be running forever! Es fällt sich gegenüber, in der Roten Ecke, der Herausforderer aus Ubersitz, Eiswelt-Wiedergästen-Jazooie, André Ormanekoff! Und in der Roten Ecke, aus Ibersitz, Hessen, Germany, das Team Siegfrau, Marco Rasmann und Jens Betroffel-Wiedergästen! Wer es nicht verstanden hat, er hat gesagt, seine Schüsse unter der Gewürzenliebe, und den Anleitern, die das Kumpel-Wiedergästen-Jazooie-Jazooie-Jazooie-Jazooie-Jazooie-Jazooie! Das Kumpel-Wiedergästen-Jazooie-Jazooie-Jazooie-Jazooie-Jazooie-Jazooie! Das ist ein Röder. Das war's für heute. Oh mein Gott. Auf geht's, auf geht's! Ey, ey! Auf geht's! Die Freude an, die Freude an, die Freude an! Ich kenne euch! Ich kenne euch, ich kenne euch! Fass, auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Ich weiß, dass er dabei ist! 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 Ich brauch's dir! Ich weiß! Und México! Und es geht hinzugehen! Meine sehr verehrten Damen und Herren, es soll uns jetzt ein und die beiden.